Das ist im Moment für Elisabeth Seitz und wir machen einen Sprung zu Kim Bui, der zweiten deutschen Starterin in diesem Finale der besten Acht. Kim Bui aus Eningen, trainiert hier in Stuttgart bei Tamara Koklova, die links im Bild zu sehen ist. Und sie hat sich extrem verbessert, ist im Moment die beste deutsche Turnerin, war als einzige Deutsche im Finale bei den Weltmeisterschaften. Dort leider nur 23. Mehrkampf. Und das ist eine hervorragende Übung von Kim Bui, der neue Studentin, seit drei Wochen studiert sie Technische Biologie. Und das hat die letzten drei Wochen ganz schön hart gemacht, musste sich erst an den neuen Tagesablauf gewöhnen. Nach der Uni, wo sie viel ins Mikroskop schauen muss, dann noch in die Trainingshalle, teilweise arm zum Sechs. Das hat ganz schön Durchsetzungsvermögen und Hartnäckigkeit erfordert, aber das hat Kim Bui. Und sie wird belohnt mit dem ersten Platz hier in der Arena.